StudiTV Jetzt die Stimme ist von der Bayerischen Jugendmeisterschaft U18 Am Sonntag, 11. Dezember 2016 in Hogen, ein Ortsteil von Straubing Aufschlag Saramans Das ist die Schwester von Chantal Mainz Hier mit Europameisterin, die große Schwester Die Kleine möchte ja nachmachen Ich muss aber hier erstmal schauen, dass sie hier rausfliegt 2 zu 2 entsetzen Genau, mal einen Punkt vorne Applaus Ja, ja, ja Ja, ja, ja Applaus Ja, ja, ja Ja, ja, ja Applaus Ja, 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 ja 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 Der Elfte muss schneller kommen, wenn sie nicht verlieren will hier Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Und das ist Das ist ein politischer Umtaumer auch aufs Ja, ja Ja Vielen Dank, Herr Schafer, und 13.55 für den Arzt, für den 60.000 Arzt, für den 50.000 Arzt, für den 50.000 Arzt.